Musik Eine Raffinerie abzuschalten ist ein sehr komplexer Vorgang, der sich über Tage, auch über Wochen zieht. Musik Planung ist das Fundament, auf dem wir den Turnaround aufbauen. Das bedeutet, dass die einzelnen Abläufe funktionieren, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass wir zeitgerecht die Raffinerie in ihre Bestandteile zerlegen und am Ende auch wieder zusammensetzen. Musik Musik Jeder einzelne Arbeitsschritt hat eine Auswirkung auf den nächsten. Wir müssen in der ersten Woche alle Wärmetauscher am Waschplatz liegen haben. Sonst geht sich der gesamte Prozess mit Inspektion, Reparatur nicht mehr aus. Musik Unser Waschplatz ist bei Gott keine Waschanlage im üblichen Sinn. Es ist eine Waschanlage für industrielle Teile, die auch diesen dementsprechenden Druck von bis zu 1300 Bar aushalten. Ihr Auto könnten wir wahrscheinlich aufschneiden wie mit dem Frühstücksmesser, dem Butterblock. Musik Musik Wir haben hier in der stärksten Zeit ungefähr so knapp 3.300 bis 3.400 Personen gesamt am Raffineriegelände. Musik Musik Man muss sich dann auch trachten, dass alle Beteiligten ein sicheres Arbeit möglich ist. Das heißt, es gibt sehr viele Sicherheitsvorschriften von uns natürlich, die wir auch laufend kontrollieren. Musik Musik Wir haben der Tags in Summe so knapp an die 50 Personen, die ausschließlich sich mit Arbeitssicherheit beschäftigen. Musik Man braucht hier sehr starke Nerven. Und vor allem, man muss hier eine sehr große Flexibilität an den Tag legen, weil bestimmte Situationen auftreten, mit denen man vorher nicht gerechnet hat. Wir befinden uns hier im Rohel-Destillationsofen. Bei der normalen Revision sind wir im Prinzip auf drei Schäden gestoßen. Der erste Schaden war ein schadhaftes Mauerwerk. Das zweite war, dass es an einigen Stellen massive wanddicken Minderungen gegeben hat. Und im dritten Fall sind wir draufgekommen, dass die Rohrtragplatten, wo diese Rohre drinnen liegen, so zerstört waren, dass der unmittelbare Handlungsbedarf bestand. Durch massiven Einsatz der gesamten Mannschaft ist es uns dann gelungen, eine technisch hervorragende Reparatur in einer sehr kurzen Zeit auf die Beine zu stellen, worauf, glaube ich, das ganze Team stolz sein kann. Musik Die Umlegung der Fackel erfolgte mittels eines 500 Tonnen Krans. Es wurden kleine Reparaturarbeiten an der Beschichtung im Behälter vorgenommen, auch am Fackelkopf. Das ist aber gang und gäbe. Musik Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben vor etwa einer Stunde die letzte Anlage mechanisch fertiggestellt und an den Betrieb übergeben. Musik Aus unserer Sicht war das ein Turnaround, der fordernder war als die letzten, die ich mitgemacht habe. Musik Es ist schon aufregend, kurz bevor der Start der Anlage dann erfolgt. Musik Natürlich gibt es mal ein Durchatmen, aber danach freut man sich auch schon wieder auf die nächste Herausforderung. Musik Der ganze Standort arbeitet gemeinsam auf ein großes Ziehen hin und ein Teil dieses großen Ganzen zu sein, ist ein tolles Gefühl und darauf bin ich auch stolz. Musik 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 Musik